Liebe Rüsselsheimerinnen, liebe Rüsselsheimer, als Stadtfrontvorsteher setze ich meine Reihe fort mit Unternehmerinnen und Unternehmern aus und in Rüsselsheim mit ihrem Blick auf unsere Stadt, auf Rüsselsheim. Und da bin ich heute in der Welt der Bücher bei Kapitel 43 und neben mir steht Sarah Vasquez. Ganz toll, erstmal vielen Dank, dass das hier möglich ist. Und wir wollen uns ein bisschen austauschen über diesen ganz besonderen Blick auf Rüsselsheim aus deiner Sicht heraus. Und ich würde gerne damit anfangen, erstmal jenseits des Geschäfts, des Ladens hier, würde mich interessieren, dein Blick auf Rüsselsheim, also der ganz persönliche Blick auf unsere Stadt. Was macht für dich Rüsselsheim aus? Hallo erstmal und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, Rüsselsheim ist meine Heimat. Also ich bin hier aufgewachsen. Ich bin nicht in Rüsselsheim, sondern in Flörsheim geboren. Kann passieren. War nur kurz drüben und jetzt bin ich hier. Und ja, ich bin hier zur Schule gegangen, habe hier meine Ausbildung gemacht. Wo zur Schule? In der Albrecht-Geroy-Kundschule und dann in der Humboldtschule und dann in der Heinemann-Schule. Also einmal alles quer durch, habe dann mein Abi gemacht, genau. Rüsselsheimer Mädchen, ja? Genau, von Geburt heim. Super, Flörsheim geboren, aber gut. Genau, sozusagen. Ja, vielen Dank erstmal für diese Einschätzung. Jetzt würde mich aber mal interessieren, wir sind hier bei Kapitel 43, der einzige Bücherladen in der Innenstadt in Rüsselsheim. Tolles Angebot, das kann man schon mal sagen. Kannst du einfach mal erzählen, wie ist es zu diesem Laden gekommen? Den gibt es, glaube ich, seit sieben Jahren. Seit 2015, genau. Seit 2015, ja. Wie bist du zur Selbstständigkeit gekommen? Du bist Chefin hier, ja? Du bist Unternehmerin. Wie hat sich das ergeben? Du bist ja nicht als Unternehmerin auf die Welt gekommen, sondern es gab irgendwann den Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ja, ich wage das, ich mache das jetzt. Kannst du das mal so ein bisschen erzählen, wie sich das ergeben hat? Ja, also ich habe meine Ausbildung bei Bücherhaus Jansen gemacht. Vielen noch bekannt, ja. Genau, war ja hier früher der große Buchladen in der Innenstadt und habe da gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht, weil das Bücherhaus war ja auch nicht nur ein Buchladen. Wir haben ja auch immer ganz viele Veranstaltungen gemacht, Lesungen, viel Programm drumherum und das ist das, was einem Spaß macht als Buchhändler, neben den Bücher verkaufen. Und dann hat das Bücherhaus ja geschlossen, 2013 wird es gewesen sein. Aber du hast dort deine Ausbildung gemacht. Genau, ich habe meine Ausbildung da gemacht und habe dort auch dann für vier Jahre noch gearbeitet. Okay. Und nachdem der Laden beschlossen war, war ja hier in der Innenstadt oder in Russland überhaupt gar keine Buchhandlung mehr, was einfach sehr schade war. Und als Buchhändler träumt man natürlich immer davon, einen eigenen Laden zu haben, in dem man schalten und walten kann, seine eigenen Ideen einfach umsetzen kann und sich so verwirklichen kann. Und ja, dann haben wir überlegt, also damals mit Melanie Enders zusammen habe ich den Laden gegründet. Die auch bei Jansen gearbeitet hat? Genau, die auch bei Jansen gearbeitet hat und ihre Ausbildung gemacht hat. Da haben wir uns kennengelernt, haben wir gedacht, da müssen wir was tun. Also es kann nicht sein, dass so eine schöne Stadt, wir müssen jetzt haben, keinen Buchladen mehr hat. Und ja, dann haben wir geguckt, was es für Möglichkeiten gibt, ob das funktioniert für uns, haben auch viel Unterstützung von der Stadt bekommen. Also die Wirtschaftsförderung war richtig toll, die haben uns echt unterstützt und haben dann hier unsere Buchhandler geöffnet. Das ist ja auch erstmal eine Sache im Kopf. Es ist ja was anderes, ob man sagt, ich arbeite für jemanden, ich bin Angestellte oder zu sagen, ich bin jetzt Chefin, habe aber auch die ganze Verantwortung, da geht es auch um Geld. Ja, wie war das bei dir? Ja, also ich glaube, wenn man sich selbstständig macht, dann hat man nicht auf dem Schirm, was alles noch mit dranhängt. Das ist ja doch besser so. Ja, manchmal denke ich das auch so, der ganze Bürokram und das alles ist, ja, das ist der nicht so schöne Teil des Berufes. Und das Geld war auch so eine Sache, also man muss natürlich auch einen Kredit aufnehmen. Man muss investieren, ja. Man muss investieren, genau, auch nicht so kleine Summen. Und es war nicht so einfach, wirklich den Kredit auch genehmigt zu bekommen. Wir haben bei Rüsselzheimer Banken angefragt und haben dann als Antwort bekommen, ja, ihr habt ein wunderbares Konzept, das ist ganz, ganz toll, aber in der Stadt wie Rüsselzheim können wir euch keinen Kredit geben. Das ist mal eine interessante Mitteilung. Also da müssen einige mal in sich gehen, weil man sieht ja, es funktioniert. Genau, wir haben wirklich böse geschluckt, haben auch eine Bank gefunden, die uns dann den Kredit genehmigt hat, sind jetzt trotzdem bei Rüsselzheimer Banken mit unseren Konten. Genau, aber es war halt wirklich der erste kleine Dämpfer, wo wir gesagt haben, also wir finden das toll, was wir machen wollen. Wir wollen auch unser Konzept so durchsetzen und es ist uns ja auch beteiligt worden, dass es gut ist, aber es war so ein bisschen dieses überlegt euch mal woanders. Und wir haben gesagt, nee, das wollen wir nicht. Rüsselzheim ist unsere Stadt, die Leute kennen uns hier, die Leute brauchen im Buchladen. Wir werden auch immer wieder darauf angesprochen, dass es ja so schade ist, dass wir nicht mehr da sind und dann haben wir gesagt, wo wäre ich hier bei uns? Das ist unsere Heimat, wir wollen Kultur wieder in die Stadt zurückbringen und haben das trotzdem durchgezogen. Nehme ich jetzt mal mit, man muss auch ein bisschen hartnäckig sein, man muss da Hürden überwinden, jetzt Stichwort mit die Sache mit den Banken, ja, aber es geht, es funktioniert. Es lohnt sich auch. Also es ist alles, ich glaube für Unternehmen insgesamt nicht so einfach momentan die Situation, aber ja, es lohnt sich. Man ist so seine eigene Chefin, seine eigene Frau, wenn man das so sagen kann. Und ja, man kriegt ja auch viel Unterstützung. Also die rüsselzheimer Bürger danken es einem auch. Schön, schön. Kommen wir mal zum Wirtschaftsstandort Rüsselzheim, das haben wir jetzt ja schon gestreift. Schön, dass du gesagt hast, nee, ich bin aus Rüsselzheim, ich will das hier in Rüsselzheim machen, auch wenn Banken meinen, mach es lieber woanders. Und nochmal, es hat sich ja gezeigt, es funktioniert. Wie würdest du aus deiner Sicht mit deinem Laden den Wirtschaftsstandort so ein bisschen beschreiben, auch für dich, für deinen Laden? Was ist hier gut? Was kann man hier machen? Vielleicht auch, wo fehlt es noch? Ja, also ich finde Rüsselzheim an sich hat eine sehr gute Anbindung. Also wir sind ja hier mitten im Rhein-Main-Gebiet. Man merkt, dass auch viele Leute außerhalb arbeiten, die bei uns einkaufen. Also in der Mittagszeit oder nach Ladenschluss kommen oder nicht nach Ladenschluss, sondern nach Arbeitsschluss sind viele Leute, die hier in der Stadt arbeiten, die einfach auf dem Heimweg nochmal auf dem Weg zum Bahnhof bei uns reinschauen und Dinge kaufen. Ich würde mir wünschen, dass von der Stadt vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung im Bereich der Innenstadt kommt. Also gerade so auch im Bereich des Parkens. Kannst du es konkretisieren, was genau? Also wir können ja keine Parkplätze zaubern von der Stadt her, das ist schwierig. Ja, das ist klar. Also man kann es nicht herzaubern, aber zum Beispiel so ein paar mehr Kurzzeitparkplätze wären sehr schön. Also wir haben ja hier bei uns vor dem Geschäft die Straße zum Bahnhofhof, da ist jetzt eine Ladezone hingemacht worden. Und vorn dran sind freie Plätze, die als Parkplatz genutzt werden, obwohl sie eigentlich keine Parkplätze sind. Und das wäre ganz schön, wenn man da einfach eine Ladezone, einen Kurzzeitparkplatz hinmachen könnte. Wir haben auch schon Kunden gehabt, die dann da kurz standen, was abgeholt haben, die Löcher gekriegt haben. Und hatten auch schon Kunden, die wirklich gesagt haben, wir fühlen uns hier nicht willkommen. Wir haben das Gefühl, die Stadt will nicht, dass wir hier einkaufen. Und das ist halt wirklich schade. Ich glaube, da könnte man noch was machen für die Leute, die hier vor Ort sind, die nicht über den Bahnhof zu uns kommen und vielleicht auch nicht die Möglichkeit haben, mit dem Rad reinzukommen, weil sie noch schnell was erledigen wollen. Das wäre schön. Jetzt ist ja so ein Unternehmen, da ist man ja nicht alleine auf der Welt. Es gibt auf das einen Seite die Kunden. Dann gibt es aber auch Kooperationen. Du hast es angedeutet, Janssen hat früher auch Veranstaltungen gemacht, viel drum herum. Hat mit anderen Institutionen zusammengearbeitet. Was würdest du da nennen, was ist für dich, für euch, was sind wichtige Kooperationspartner jenseits der Stadt? Die Stadt haben wir schon genannt. Ja, also wir arbeiten, wenn man das so nennen kann, mit Theater zusammen. Also wenn Veranstaltungen sind, machen wir oft Büchertische. Wir haben Kooperationen mit dem Rind. Also wir machen Büchertische, wenn die Lesungen machen. Wir haben auch schon eine Lesung mit dem Rind gemacht. Das ist natürlich super. Die haben einfach die Technik da, die haben die Bühne, die haben die Infrastruktur sozusagen. Das ist natürlich toll für große Lesungen. Ja. Wir machen viel zum Beispiel mit der Kinder-Uni zusammen. Wir versuchen auch mit Schulen und Kitas zusammenzuarbeiten. Sei es mit Büchertischen oder Buchausstellungen. Wir beliefern die Schulen mit Schulbüchern. Genau sowas ist für uns ganz wichtig. Oder auch mit den Seniorenwohnanlagen, wo wir ab und zu mal Buchvorstellungen machen. Genau, einfach vor Ort, wo die Leute vielleicht nicht mehr die Möglichkeit haben, zu Lesungen zu kommen. Und das ist ja tolle Kooperationen, weil das nutzt denen. Die haben ein Angebot für die Bewohner und euch nutzt es auch. So muss ja auch sein, dass der eine sagt, das Buch will ich mir dann doch nochmal kaufen. Ja, genau. Ganz klar. Super. Jetzt gibt es ja immer die berühmten weichen Standortfaktoren. Ist ja jetzt vielleicht für einen Bücherladen nicht so ganz das große Thema, aber du hast es auch im Prinzip schon angeschnitten mit Theater und sowas. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen beschreiben, so dieses Umfeld für so ein Unternehmen, wie ihr es seid, wie du es hast hier? Also ich finde, dass Rüsselsheim einfach kulturell unheimlich viel zu bieten hat. Wirklich den Kultursommer. Es gibt ja die Filmvorführung im Opel Altwerk. Es gibt den Kunsthandwerkermarkt. Das Theater macht unheimlich viel. Das Museum ist sehr aktiv. Die haben ja auch ganz viele Ausstellungen und Mitmachaktionen und so. Und das ist natürlich für uns super. Also wenn man dann wirklich sieht, es gibt ein großes, breites Angebot. Es spricht viele Leute kulturell auch an. Und das ist für uns natürlich einfach klasse, dass es sowas hier gibt. Daran nochmal anknüpfen, auch nochmal einen Schritt zurück. Ich finde es interessant, so deine berufliche Biografie, wie du hier zur Selbstständigkeit gekommen bist. Vielleicht nochmal einen Punkt. Und junge Leute, die jetzt irgendwo wie du früher ganz normal als Angestellte arbeiten. Die sich überlegen, in Rüsselsheim ein Geschäft aufzuziehen. Muss ja nicht ein Bücherladen sein, kann ja was anderes sein. Gibt es ein, zwei Punkte, wo du sagen würdest, da müsst ihr besonders drauf achten. Da müsst ihr euch selber fragen, ob ihr das so machen wollt. Was hättest du da nochmal als Tipp? Oh, jetzt muss ich überlegen. Ja, überlegen. Können wir auch zurückstellen, ist überhaupt keine Frage. Ist jetzt auch ein bisschen sehr spontan. Das ist mir einfach jetzt nochmal eingefallen. Also eins war dann hartnäckig sein, auch wenn man was nicht kriegt. Das habe ich so mitgenommen. Vor allen Dingen auch, wenn ich jetzt sage um Hilfe, das ist das falsche Wort. Aber die Stadt bietet unheimlich viel für Gründer an. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich von der Wirtschaftsförderung beraten zu lassen. Nutzen, nutzen, nutzen. Genau. Es gibt Möglichkeiten, diese Expertenveranstaltungen, wo wirklich Leute aus der Wirtschaft auch ihr Wissen weitergehen können. Das ist einfach super. Und sich nicht entmutigen lassen, wenn man mal einen kleinen Rückschlag hat. Weil es lohnt sich schon in der Stadt. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ich glaube, es wird auch mehr passieren in der Stadt in der nächsten Zeit. Und da lohnt es sich auch wirklich, hier was aufzuziehen und zu gucken, wo man sich vernetzen kann. Wo man kooperieren kann mit anderen. Und das, ja. Du würdest ja auch bestimmt nicht nein sagen, wenn bei dir mal jemand anruft und sagt, du mich überlegt hast, das zu machen. Kannst du mir mal einen Tipp geben? Ja, super. Ja, vor allen Dingen, es war ja auch für uns schön. Also wenn wir wirklich bei jemand anderem einfach mal anklopfen und nachfragen können. Und ich finde, so muss man sich halt einfach in der Stadt helfen. Und dafür ist der Gewerbeverein ja auch wirklich wunderbar. Die uralte Technik des Fragens hilft ja manchmal. Jetzt kommen wir schon zum Ende langsam. Mich würde nochmal eins von dir interessieren. Rüsselsheim ist eine Stadt, die von der Industriekultur geprägt ist. Ja. Wir wissen alle, Opel, was das für eine Rolle hier gespielt hat in unserer Geschichte, wie sich Rüsselsheim entwickelt hat. Wenn du jetzt nochmal sozusagen auf die ganz große Ebene gehst und von oben drauf guckst, du als Unternehmerin. Was würdest du sagen, wie wird sich Rüsselsheim entwickeln? Wie sieht Rüsselsheim in zehn Jahren aus? Auch mal vielleicht fokussiert auf Einzelhandel, ja? Ist ein großes Thema, aber ja. Was ich mir wünschen würde oder wie es aussieht. Also ich glaube, viele Leute wünschen sich immer noch dieses vor 20 Jahren zurück mit dem Karstadt und den großen Geschäften. Das ist vorbei, ja. Genau und das wird einfach nicht mehr kommen. Also ich fände es schön oder ich würde mir wünschen, dass es einfach ein bisschen gemischter ist. Es werden ja auch Wohnungen in der Innenstadt gebaut. Dass einfach das Publikum hier gemischt ist, dass es viele Cafés gibt, wo man einfach verweilen kann. Dass man bei uns ein Buch kauft und dann im Gutz hier einen Kaffee trinkt oder im Café am Markt oder im Rind oder wo auch immer. Und dass es einfach vielleicht so ein bisschen gemischter ist mit Cafés, mit kleineren Geschäften, die einfach zum Planieren einladen, mit Wohnungen, mit kulturellen Angeboten. Dass die Stadt halt einfach bunt ist und dazu einlädt, dass man einfach vorbeikommt und verweilt. Gut. Dann sozusagen die allerletzte Frage. Wenn du es nochmal so zusammenfasst oder auch anknüpfend an meine Ausgangsfrage. Wie würdest du die Identität von Rüsselsheim beschreiben? Was macht Rüsselsheim aus? Also ich glaube, Opel gehört natürlich mit noch dazu. Also man definiert sich ja immer noch als Opelstadt. Ich überlege gerade, ob man das so sagen kann. Ich glaube, Rüsselsheim ist sehr bunt. Also es gibt ja viele Kulturen hier, die einfach, glaube ich, auch viel zusammen bewegen können. Und ich glaube, es ist auch wirklich der Zusammenhalt, der hier groß ist. Also viele Leute sagen ja immer, in Rüsselsheim gibt es nichts und hier kann man nichts machen. Und wenn man genau hinkommt, gibt es hier einfach unheimlich viele, viele unterschiedliche Menschen, die viel auf die Beine stellen. Sei es jetzt hoffentlich auch das Weinfest, das vielleicht dann doch kommt. Und das halt einfach eine Initiative von Bürgern war, die gesagt haben, das geht nicht. Wir wollen nicht, dass sowas nicht mehr stattfindet. Ich glaube, das ist ja so ein großer Punkt von Rüsselsheim. Dass wir einfach oder dass die Menschen zusammenstehen und was auf die Beine stellen wollen. Gemeinsam auch was bewegen wollen. Perfektes Schlusswort. Besser hätte man es nicht sagen können. Vielen Dank, Sarah Waskes. Vielen Dank, Achim Weidner, für die Technik, dass wir das hier zusammen bekommen. Ist jetzt die zweite Station schon die zweite Frau, die zweite Unternehmerin. Ich habe noch einen in der Pipeline, aber vielleicht kommt ja auch mal ein Mann dran, will ich mich ganz ausschließen. Aber ist ja auch mal ganz schön wunderbar. Toller Laden, das muss man hier nochmal sagen. Und nochmal seit sieben Jahren erfolgreich als Unternehmerin hier in Rüsselsheim, in der Innenstadt. Top, alles richtig gemacht, würde ich mal sagen. Nochmals vielen Dank. Danke auch.